Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest die Hallen untersuchen, anzunehmen bei Magni Bronze Bard in Uldum, an dieser Position. Auf dieser Seite ist der Eingang zu dieser Pyramide, falls ihr den sucht. Man kommt normalerweise durch die Fortquest hier hin. Die Fortquest war Neuerschaffung. Nun darf ich mich durch dieser Sinn Stuntsfortal begeben und dauert ein bisschen. Ich befinde mich hier auf dem Patch-Server, aber normalerweise sollte es flott weitergehen. Na komm schon. Vielleicht, oh, ich dachte schon, ich habe Instanz nicht gefunden. Ich versuche es nochmal. Na toll. Wette er. Und jetzt bin ich Twin. Ja, beim Twitter mal hat es funktioniert anscheinend. Eine Map gibt es auch. Also hier kommt man rein und man muss zu 1 laufen. Oh, jetzt gibt es noch ein Port. Ich hoffe, es funktioniert. Ich glaube, es ist egal, wo man steht. Ich habe mich halt zur Magnisposition begeben. Nun darf man in diese Richtung laufen. Und da vorne ist das Ziel. Ja, ein ziemlich langer Weg. Ich laufe. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Da poste ich die Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Könnt die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Ist mir jetzt aber nicht so wichtig. Ist ja bloß für euch gemacht. Was heißt bloß für euch? Es ist für euch wichtigen Zuschauer. So, jetzt habe ich das benutzt. Und nun heißt es versucht, das Flüstern zum Verstummen zu bringen. Ich vermute mal, das kann man gar nicht. Denn ich glaube, man ist verurteilt dazu zu scheitern. In die andere Richtung geht es nicht. Ja, ich kann man, also... Sinn der Quest ist einfach hier nichts machen zu können. So. Quest ist bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Furovion, in der Herzkammer, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Würde mich freuen, wenn ihr den benutzt. Ich zocke, Hände! Ich bin ich absoluten. Ich bin wirklich... Ich bin...